Bitte verlassen Sie jetzt die Hierarchie Mit erhobenen Händen, damit's keine Verletzten gibt Dieses Revier ist sofort zu räumen Und ich schüttel die Viecher aus den hohlen Bäumen Wir fordern sie auf nach Haus zu gehen Diese Betriebsratsversammlung ist aufzulösen Lassen Sie das die Experten klären Ups, die sagen, dass sie eingesperrt gehören Der Psychologe hält den Telefonhörer zu Rollt die Augen und meint So hört man zu Das er drin muss ne Psychopathen heute sein Okay, wir schicken unsere besten Leute rein Euren Fluchtwagen kauft euch hin selbst Noch ne Durchsage Die Zentralbank ist umstellt Was für Forderung Ich dachte, die haben nen Witz gemacht Sie denken, das wären Geiseln Die sehen aus wie Mittäter Da können wir jetzt die Stromzufuhr kappen Denn sie schreddern ja eh schon im Büroflur Die Akten Also versucht nicht mit dem Helikopter zu fliehen Während Special Ops in den Block operieren Sie haben 10 Minuten um das Gebäude zu verlassen Oder wir lassen rote Punkte zwischen ihren Eutlein tränzen Kommen sie einzeln mit erhobenen Händen raus Und hören sie endlich mit dem Verkleid als Geisel auf The color of money is greed Am Schalter der Bank bedient sie ein Bandit The color of money is greed Am Schalter der Bank bedient sie ein Bandit The color of money is greed Am Schalter der Bank bedient sie ein Bandit The color of money is greed Am Schalter der Bank bedient sie ein Bandit Wir kommen ohne Termin Während ihren Besitz konfessieren und die Konten einfrieren Sie sagen sie bringen die Wirtschaft zum Bühnen Doch schicken Panama Papiere an die Briefkastenfirmen Ich glaub dass die Angestellten die falschen 50er waren Haben mich früher nie von ihrem komischen Glücksspiel gebar Ja versuchen sie's doch mal ohne dreckige Tricks Wir haben genug Beweise und die sprechen für sich Wir lassen sie vom Drohnen überwachen Also verbrennen sie im Innenhof keine Akten Verhalten sie sich ruhig der ist doch noch angeleit Hunde riechen kein Geld nur ihren Angstschweiß Sie geben besser nun auf und kommen geduckt raus Und springen wie ihr kleines Clubhaus in die Luft Pau Mit gutem Service konnten sie ihr noch nie dienen Aber eine unserer Spezialeinheiten kommt gleich zu ihnen Spenen nicht! Spenen wuchs Sprecher Die Eigen pystern Sprecher 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 Wir So